Wir warten auf Pearson. Keine Ahnung, was er vorhat, aber seine Bilanz ist eher unrühmlich. Wenn du hier wärst, Paul, würdest du ihm die Leviten lesen. Hoffentlich halten Sassman und Aiello durch, bis wir die Geschütze angreifen. Wenn ich vorschlagen dürfte, Sir, vielleicht gehen wir besser zum Sammelpunkt. Noch nicht. Pearson wird kommen. Sir, ist das wahr? Führte Pearson die Jungs in den Tod am Kassarin-Pass? Was? Hören Sie, Daniels. Wenn Sie ein eigenes Platoon führen, gibt es zwei Möglichkeiten. Schlecht und schlechter. Achten Sie auf Ihre Männer. Nur so werden Sie das durchstehen. Sagen Sie das Pearson. Sergeant Pearson, bitten Sie, dass Sie nie in die Lage kommen. Lieutenant! Eine Übertragung von Baker. Sie greifen Högel 493 an. Pearson ist bei Ihnen. Was? Er hat unsere Jungs unter das zweite Platoon. Spacken! Sofort! Landbleib! Na los! Na los! Vielleicht ist Pearson noch am Fuß des Hügels. Ich schätze, darüber sind wir hinaus. Geht einfach weiter, verdammt! Das sind unsere Jungs! Daniels! Geht's dir gut? Alles klar. Wo ist der Rest? Pearson greift mit Ihnen die Kanonen an. Wir wollten auf Verstärkung warten. Gehtköpfiger Mistkerl! Wir kommen zurück! Schnell! Sie brauchen uns! Feindliche Infanterie! Na los! Na los! Wunder! Autorien geschoben! Es geht keinen Weg drumherum. Wir müssen auf diesen Hügel rauf und bleiben und vorrücken. Wir haben eine Granate! Wir sind leergeschoben! Die Granate! Lass uns auf! Ach, ach, ach! Vorrücken! Wir müssen zu unserem Druck vorrücken! Granate! Die Basis! Ja, ich verrufe mir den Brief! framing auf den Briebern! Nachhinein! Für die Maybe! Verrückenden! Verrückenden! sensors! Gleichgeschoben! Umliegen zu dieser Begunset! Bin ich genau Lateining Pokerl 05..... DERKM 0 Entschuldigung! Das ist Verleihung! Rechte Seite! Wir haben die Radotte! Bitte hilfst dir! Ich hab dich! Er ist tot! Wir haben die Radotte! Ich hab dich! Ich hab dich! Ruhm, hallo! Ruhm, hallo! Ein Fih im Aufenthalt! Komm, hallo runter! Ruhm, hallo! Ruhm, hallo! Wir können nicht rein, Händchen! Halt nur durch, Kumpel! Lass, Lass! Sie haben eine Uhr! Sie kommen aus dem Westen! Halt nur! Halt nur! Belegung, Belegung! Es sind die ausgeschaltet! Du noch zwei Schützen! Belegung, bleib! Ich schieße jetzt! Halt nur! Lass, Lass, Lass! Lass, Lass, Lass! Lass, Lass, Lass! Lass, Lass! Lass, Lass! Alle mal gehen! Schall jetzt auf! Lass, 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 Lass! Lass! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ausgeschaltet Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ausgeschaltet 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 Lerfe eine Granate! Lerfe eine Granate! Meister, eine Granate! Feinde ausgeschaltet! Daniels, ringen Sie das Temid an! Küsten runter! Yankees, Schweine! Unkar, direkt voraus! Da vorne sind noch mehr Kanonen! Erweiterung! In Deckung! Lerfe eine Granate! In Deckung! Da kommt einer aus der Deckung! Das ist es! Die letzten 150er! Aufkommen! Das sind überall! Wir müssen den Bereich sichern, bevor wir die 150er angreifen! Feinde bewachen, das 150er! Feinde bewachen, das 150er! Das Gebiet sicher! Da kommt einer aus der Deckung! Da kommt einer aus der Deckung! Die letzten Kanonen ausschalten! Die letzten Kanonen ausschalten! Feinde ausgeschaltet! Die letzten Kanonen ausschalten! Was ist hier immer? Die vor der Fürsauto lösen! Die Leslie-Kinder auf dem Weg! Das ist locker und für die ist das andere. Ich kann sehr starkten sein. Ich wüsste mal das den gibst! Zähne, schieb das hier hin, das Chemie! Da los! Werfe an die Granate! Werfe an die Granate! Der Panzer ist nur verpickt! 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 Wir haben noch den Kamin! Es reicht nicht! Es muss reichen! Wir und ich ziehen das Feuer auf uns! Daniel, sie platzieren hinten den Kamin! Na los! Es ist ein Drogen! Es ist ein Drogen! Es ist ein Drogen! Oh, oh, oh! Was ist das denn? Der Panzer ist noch aktiv! In Deckung! Untertitelung des ZDF, 2020 Halt! Schau, Rhymen! Ich schickere mich! Oh! Es ist auf die Flüte, Sir! Auf die Flüte! Das ist Verrätts! Er ist getroffen! Das wird nicht! Bluthellen! Arnie! Verfluchten Schweine! Die amerikanische Arschlöcher! Sie werden uns nie schlagen! Was machen Sie hier auf unserem Kontinent? Die amerikanische Arschlöcher! Scheiße! Hörner! Feindliche Verstärkung! Zurück! Ich hab' es nicht! Lass' du mich zurück! Ich hab' sie! Wir schaffen es nicht! Halten Sie durch! Tina! Luzernan! Sie müssen die Jungs wegbringen! Nein, wir schaffen das! Ja, sie müssen... sie müssen weg hier! Nein, wir lassen sie nicht zurück! Ich schrie mich auf! Ich fähre sie ab! Sie müssen gehen! Los! War mir eine Ehre! Ein Opfer zu groß! Geht's! Rückzug! Los! Na los! Los! Ich sag' nur Rückzug! Das ist ein Befehl, Junge! Nein! Geht's! Nein! 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 So! Ich dachte, Sie wollen die haben... ...falsch gedacht! Wissen Sie, das hier ist eine neue Welt, Daniels. Meine Welt. Und ich kann Ihnen versprechen, dass ich nicht schwanken oder irgendwie vor meiner Verantwortung zurückschrecken werde. Sie werden meine Nummer zwei. Sie werden mich zu 1000 Prozent unterstützen. Und Sie werden dafür sorgen, dass das auch für die anderen Männer gilt. Alles andere wäre für mich eine Pflichtverletzung. Und jetzt wegtreten. Turner gab uns Deckung und ist dabei draufgegangen. Das zu schreiben fällt schwer, damit zu leben auch. Er hat dafür gesorgt, dass wir mitsamt Konvoi entkamen, also war sein Tod nicht umsonst. Zumindest rede ich mir das ein. Tag. 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 Tag.